Ich bin in das Thema toxische Beziehung sehr tief eingetaucht und habe mir die vielen verschiedenen Mechanismen, die Verhackungen und die verbindenden Elemente sehr genau angeschaut. Ich habe viel herausgefunden, vor allem darüber, wie der empathische, nicht-narzisstische Partner funktioniert und worin diese fatale Verzahnung in einer absolut dysfunktionalen Beziehung besteht. Mit diesen Erkenntnissen und den Vorgehensweisen, die sich daraus ergeben, konnte ich auf sanfte Weise manchem Mann und mancher Frau aus dem toxischen Kontext heraushelfen. Aber, was immer wieder auffiel war, es gibt einen Prozentsatz von Menschen, die trotz maximaler Einsicht und maximalem Einsatz kaum oder auch gar nicht aus der toxischen Beziehung herausfinden. Woran liegt das? Was genau ist es, was uns wieder allen besseren Wissens in dieser auf Dauer gefährlichen Bredouille festhält? Was zieht uns immer wieder zurück wie an einem unsichtbaren Faden und das, obwohl mancher sogar schon ganz oder fast ganz raus war? Es sind nicht nur die Limitierungen des Überlebenssystems, über die ich ein Video gemacht habe, das habe ich unten verlinkt, sondern es gibt noch einen handfesten Grund für das Festhängen in einer toxischen Beziehung, der dich vielleicht überraschen wird. Es ist ein bisschen was wie der rosa Elefant im Wohnzimmer, es ist immer da, läuft immer mit durch, aber es wird nicht richtig bewusst. Was das genau ist, erfährst du in wenigen Momenten. Hier ist Tanja Grundmann von tanja-grundmann.de, der Website für Affären, toxische Beziehungen und Hochsensibilität. Ich bin Autorin des Buches Einseitiger Beziehungswunsch, Wenn Männer nicht verbindlich werden, das ist erschienen im EK2-Verlag. Ich bin seit vielen Jahren Beraterin für toxische Beziehungen, Affären, Dreiecksbeziehungen, Lebenskrisen und unerfüllten Beziehungswunsch. Ich begleite Menschen durch diese schmerzhaften Situationen hindurch, helfe ihnen heraus, wenn es nötig ist und natürlich zu verstehen, was da eigentlich genau passiert ist und wie man darin wachsen kann. Wenn du eine persönliche Beratung brauchst, bist du herzlich eingeladen, meine Website zu besuchen oder das unten verlinkte Kontaktformular zu nutzen. In vielen der Beratungsanfragen erzählen mir die Betroffenen schon in der Mail, dass sie in einer toxischen Beziehung leben und vor allem, wie schlecht es ihnen geht. Sie sind, wenn sie sich an mich wenden, oft völlig ausgebrannt von jahrelangem seelischen Missbrauch. Sie schildern in den Mails, wie sehr sie oft schon unter massiven körperlichen Beeinträchtigungen leiden, die durch den konstanten Stress entstanden sind. Manche sind nur, nur natürlich in Anführungszeichen, völlig fertig. Andere sind schon richtig krank geworden und werden zunehmend schwächer. Allesamt wissen sie nach langer Zeit, dass es wohl die Beziehung sein muss, die für ihren Zustand verantwortlich ist. Ja, und dann kommt es zum Gespräch und noch bevor ich überhaupt irgendwas gesagt habe über den toxischen Partner, was ich übrigens gar nicht so viel tue, beeilen sie sich, mir zu erklären, dass er in Wirklichkeit ein guter Mensch sei, dass er einen guten Kern habe, oft auch ganz toll ist und eigentlich auch gar nicht so schlimm. Manche erklären mir dann noch, dass er eigentlich auch ganz sensibel ist, dass er eine schwere Kindheit hatte, auch als Erwachsener für nichts, was dafür kann. Ja, und dann erklären sie mir noch, wie viel sie gemeinsam haben. So, als müssten sie sich dagegen abschirmen, dass jemand diesen Menschen allzu realistisch einschätzen könnte. So, als würde man diesem Menschen Unrecht tun, sobald man über ihn spricht. Noch bevor also die Beratung wirklich beginnt und ich fortfahren kann, höre ich eine Verteidigungsrede über den Menschen an, der ihnen bis zur Gesundheit fast alles genommen hat. Und der das gemacht hat, ohne mit der Wimper zu zucken, ohne jedes Mitgefühl, ohne jedes Verantwortungsempfinden, sicher ohne jedes Maß und ohne jede Gnade. Ich betone das nochmal hier, in meinen Beratungen geht es hauptsächlich um die Stabilisierung, die Reifung und Heilung des Anrufers. Wir sprechen bei Bedarf natürlich auch über die narzisstischen Partner, aber nicht als Hauptschwerpunkt. Es geht aber sicher nie darum, ihn schlechter zu machen, als er ist. Aber diese Verteidigungsreden kommen, noch bevor der narzisstische Partner überhaupt Thema war. Der Grund für die Verteidigung dieses Menschen ist auch der Grund, warum sie aus der Beziehung nicht herauskommen. Ich wiederhole das nochmal. Der Grund für die Verteidigung dieses Menschen ist derselbe Grund, warum sie aus der Beziehung nicht herauskommen. Wir alle kennen mittlerweile das Phänomen der Übertragung, der Projektion von unverarbeitetem Schmerz auf uns. Narzisstische Partner, also Menschen, die sich selbst nicht fühlen, projizieren verdrängtes Material auf diejenigen, die fühlen können. Sie lassen uns fühlen, was sie selbst nicht fühlen können oder wollen. Denn so herum kennen wir Übertragung und wir wissen, dass es ein Phänomen und eines der Hauptprobleme in toxischen Beziehungen ist. Aber gibt es das vielleicht auch in die andere Richtung? Gibt es eine Übertragung, eine Projektion vom empathischeren Partner zum unempathischeren? Und wenn ja, wie sieht sie aus und welche Auswirkungen hat sie? Ich erkläre das mal an einem leicht nachvollziehbaren Beispiel. Kannst du dich noch daran erinnern, dass du als Kind ein Stofftier hattest oder ein Püppchen? Wenn ich mich daran zurückerinnere, dann hatte ich so einige davon und ich erinnere mich, dass diese kleinen Wesen in meinem Kinderzimmer lebendig waren. Für mich. Das ganze Zimmer war lebendig. Kaum etwas darin war für mich je nur ein Gegenstand. Alle Puppen und Tiere hatten eine Seele und diese Seele hatte ich ihnen gegeben. Ich hatte ihnen die Eigenschaften zugesprochen, die sie in meinen Augen hatten. Ich hatte ihnen eine Geschichte gegeben und einen festen Platz in meinem Leben. Natürlich versehen mit allem Mitgefühl für ihre etwaigen Probleme. Wenn das Schlummerle die Windel voll hatte, habe ich mit aller Fürsorge ein frisches Höschen gemacht. Meiner Puppe Sascha wurden sorgfältig die Haare gewaschen und frisiert, damit sie ein hübsches Mädchen war und glücklich sein konnte. Wenn mein großer Bär Maxi eine Blinddarmentzündung hatte, wurde natürlich operiert, leider auch geschnitten. Fortan hatte Maxi ein Loch im Bauch und da ich damals noch nicht so gut zwischen links und rechts unterscheiden konnte, war das Loch auch auf der rechten Seite. Für mich war das egal. Ich pflegte den Bär gesund mit all der Hingabe, die mir als kleines Mädchen zur Verfügung stand. Und so entstand daraus in meinem Inneren eine ganze Bärenwelt mit Geschichten, Erlebnissen, Gefühlen und einer erstaunlich stabilen Bindung. So erklärt sich dann auch die Katastrophe, die wir alle kennen, wenn das Püppchen an der Tankstelle auf der Autobahn verloren gegangen ist oder wenn das Zicklein, das jede Nacht beim Einschlafen geholfen hatte, plötzlich unauffindbar ist. Wir leiden, als wäre es ein echtes Lebewesen. Sogar den Eltern kommen die Tränen bei dem Gedanken, das Zicklein könne irgendwo alleine draußen in der Nacht herumliegen oder gar in einem Mülleimer verschwunden sein. Obwohl wir wissen, dass es ein lebloser Gegenstand ist, leiden wir mit dem Kind mit, aber wir leiden auch mit dem Püppchen, denn ja, was ist passiert? Und das tun wir nicht nur als Kinder mit unseren Püppchen und Stofftieren, sondern wir tun das auch später als Erwachsene und dann tun wir das mit Menschen. Vor allem scheinen wir das mit jenen Menschen zu tun, denen ein Stück Lebendigkeit fehlt. Wem das hier gerade auf die Füße tritt, weil er oder sie denkt, die Beseelung unserer Kinderzimmergefährten sei etwas völlig anderes, dem sei gesagt, der Mechanismus ist derselbe und auch die Gründe dafür sind zu einem erheblichen Teil dieselben. Wir beseelen, und zwar indem wir eigene Bilder von Menschen entwerfen und uns so verhalten, als würden diese stimmen. Wir sprechen Menschen gute Eigenschaften zu, und je weniger Menschen diese eigentlich haben, desto mehr scheinen wir das zu tun. Je weniger sie ein stabiles Wertesystem haben, je weniger aufrichtig sie sind, je weniger sie ein gesundes Maß in den Dingen, gesunde Grenzen und Mitgefühl für sich selbst und andere haben, desto mehr glauben wir an das Gute in ihrem Kern. Desto mehr scheinen wir gezwungen zu sein, ihr schlechtes Benehmen zu übersehen oder zu verzeihen, und desto mehr fühlen wir uns motiviert, vielleicht jemandem, dem das Empathievermögen ganz fehlt, eben dieses in ihn hinein zu projizieren. Auch wenn wir irgendwie wissen, dass es nicht stimmt und dass dieser Mensch es nicht hat, so behandeln wir diesen Menschen aber, als hätte er es und alles, was damit verbunden ist. Empathievermögen, also der Wunsch danach, dass es auch den anderen gut geht und dass sie sich geliebt fühlen, ich nehme mal diesen einen Aspekt des Empathievermögens, das ist ja genau das, was uns menschlich macht, und es ist das, was Narzissten und Psychopathen gänzlich fehlt. Das fehlende Empathievermögen projizieren wir dann in sie hinein und damit alle Attribute, die mit daran hängen. Leidensfähigkeit, Schmerzempfindlichkeit, echte Sensibilität, ein Gewissen, das auf einem verlässlichen Wertesystem basiert, eine Beißhemmung an bestimmten Stellen, eine humane Ethik und einen durch und durch guten Kern. Die massiven menschlichen Verfehlungen, die diesen Personen jedoch unterlaufen, interpretieren wir, weil sie nicht zu dem schmeichelhaften Bild passen, das wir entworfen haben, die interpretieren wir dann einfach als Versehen, als Fehler, die jedem mal unterlaufen. Und wir übersehen dabei das gigantische Missverhältnis zwischen Fehler, die jedem mal passieren, und echter ethischer Verfehlung. Mit der Beseelung und der Zuordnung der menschlichen Attribute machen wir diesen Menschen uns gleich. Dieses Hologramm wird dann zu einem Teil von uns, weil es mit einem Teil unserer selbst beseelt ist. Somit haben wir einen Gefährten geschaffen, der so ist wie wir selbst, und wir können uns jetzt verbunden fühlen. Der andere sonnt sich derweil in dem ehrenvollen Bild, das wir von ihm entworfen haben, und wird zunehmend süchtig danach. Leider hat er aber keine Chance, diesem Bild auch nur ansatzweise zu entsprechen. Da hilft es auch nicht, ein Leben lang darauf zu warten, dass er es tut. Und im Gegensatz zu uns weiß er das. Mit dem wirklichen Menschen dahinter hat dieses Hologramm also oft nicht viel gemeinsam. Stattdessen ähnelt es uns aber immer mehr uns selbst, und es entwickelt in unserem Inneren ein Eigenleben. Und daran hängen wir dann, und wir können nicht mehr loslassen. Wir hängen also an unserer eigenen Projektion. Man kann auch sagen, wir hängen an unseren Illusionen, dem Hologramm, das wir von dem anderen entworfen haben. Wir hängen an einem Gefährten, der keiner ist. Wir hängen an einer Liebe, die keine wirkliche ist. An einer Verbundenheit, die keine ist. Das ist das, was unser Überlebenssystem nicht bereit ist aufzugeben. Ganz kurze Anmerkung zwischendurch. Solltet ihr irgendwas im Hintergrund hören. Das sind meine Hunde, die laufen hier rum und trinken manchmal und machen Geräusche. Also nur, dass ihr wisst, was das ist. Ja, das ist ein sehr kindlicher Teil in uns, der das tut. Das ist nicht das erwachsene Ich, sondern das ist unser Überlebenssystem. Und es ist leider nicht wie beim kleinen Loch Cedric, der durch seinen liebevollen Blick und den Glauben an das Gute aus seinem garstigen Großvater Earl of Dorincourt am Ende einen liebenswerten alten Mann machte. Das funktioniert im echten Leben in der Beziehung zu einem Narzissen so nicht. Stattdessen fesselt dieser Mechanismus uns an ihn. So, aber warum tun wir das? Warum entwerfen wir dieses schöne Hologramm, was die ganzen losen Enden, Inkonsistenzen und Unterschiede zu uns mitunter völlig ausblendet? Das tun wir vermutlich aus mehreren wesentlichen Gründen. Hier sind drei davon. Der erste. Wen oder was suchen wir in Beziehungen? Wir suchen unseresgleichen. Wir können nur diejenigen Menschen verstehen und auch von ihnen verstanden werden, die sehen, was wir sehen, die spüren und verstehen, wie wir es tun. Alles andere bleibt fremd, unverstehbar und unerklärbar. Jedenfalls, wenn man ein bestimmtes Maß an Nähe überschreitet. Tut man das, wird man plötzlich fehlinterpretiert, nicht mehr wahrgenommen und schließlich zunehmend auch respektlos behandelt. Das passiert immer dann, wenn man Menschen zu nah gekommen ist, die völlig anders funktionieren als man selbst. Hochsensible kennen sich mit dem Problem gut aus und sie sind es, die oft ein Leben lang unverstanden bleiben, weil sie einen anderen Wahrnehmungsradius haben als ihr Umfeld. Deshalb sind sie auch so ausgehungert nach Verbundenheit und verstanden werden und dann in Folge auch sehr anfällig für jene Menschen, die so tun, als seien sie so wieder hochsensible. Da Narzissten sich hervorragend anpassen können, denken wir, vor allem wenn wir anfällig für diese starken Emotionen sind, denken wir, wir hätten unseresgleichen gefunden. Man hatte ein paar Mal den Eindruck, hier besonders gut aufgehoben zu sein, sich besonders verstanden zu fühlen, besonders eins zu sein mit jemandem und das will man nicht mehr hergeben. Oft höre ich die Formulierung, ich fühle eine starke Verbindung zu ihm. Ja, die Beziehung schadet, die Schnittmenge ist übersichtlich, der narzisstische Partner macht, was er will und misst mit zweierlei Maß, lügt, benimmt sich wie die Axt im Walde, aber die Verbindung ist so stark. Da stimmt was nicht. Solche Dinge müssen unbedingt hinterfragt werden, will man aus der Bredouille raus und sein Leben wieder zurück haben. Man will das nicht als Irrtum anerkennen, weil es sich so richtig angefühlt hat. Und ich kann dir sagen, man muss die Frage, ob jemand meinesgleichen ist, an ganz anderen Dingen festmachen, als nur an einem Gefühl, was einen berauscht. Dass die Rechnung nicht aufgeht, kann man schon leicht daran erkennen, dass wir uns alle schon in die Falschen verliebt haben und hinterher festgestellt haben, dass es auf Dauer nicht gepasst hat. Verliebt sein oder berauscht sein, ob der vermeintlich starken Verbindung, sind nun mal keine verlässlichen Indikatoren für überhaupt irgendwas. Diese starke Verbindung in toxischen Beziehungen kommt, weil jemand energetisch in dich eingedrungen ist und weil du ihm einen Teil deiner Seele gegeben hast. Will man echte Verbundenheit, echtes Einssein haben, muss man es wachsen lassen. Wenn das sofort da ist und einen berauscht, dann ist oberste Vorsicht geboten. Und je freier man innerlich wird, desto klarer kann man unterscheiden, wer ist wirklich so wie ich und wer tut nur so. Vor allem sollte man sich Zeit dafür nehmen, um das herauszukriegen. Das kann man nämlich oft nicht sofort sehen. Also, zunächst mal will man das nicht hergeben, weil es sich so richtig angefühlt hat. Und so geht man her und interpretiert das Verhalten des Anderen nach den Vorgaben der erhofften Schnittmenge. So wird alles gebogen und interpretiert und alles, was da nicht reinpasst, wird eine Zeit lang ignoriert und beiseite geschoben. Und alles, was uns deutlich zeigt, er ist nicht so wie ich, er funktioniert fundamental anders, wird dann übersehen. Oder aber wir passen uns an und bilden uns ein, das sei Schnittmenge, das sei echter Gleichklang und es könne so bleiben. Es ist alles verstehbar, aber es ist der schlimmste Selbstbetrug, den wir uns antun können. Wir tun es meistens vor allem zu Beginn nicht bewusst, aber das schützt bekanntlich nicht vor den Konsequenzen. So stülpen wir dem Anderen, weil wir diese Illusion, er sei so wie man selbst, nicht hergeben wollen, so stülpen wir dem Anderen ein Bild über, und zwar das Bild, das wir von uns selbst haben, damit die Schnittmenge stimmt. Und wir machen weiter, um dem strengen, aber falschen Urteil des Überlebenssystems zu entgehen. Du wirst nie wieder so etwas erleben, du wirst nie wieder so fühlen, du wirst dich nie wieder so verbunden fühlen, du wirst nie wieder so lieben. Das sind ein paar der Mantras, die uns drin halten, und sie sind alle falsch. Ein weiterer Grund ist eine Sucht, die übrigens sehr weit verbreitet ist. Und es ist vielleicht die Sucht, die am häufigsten vorkommt. Die Rede ist von Emotionssucht. Viele von uns sind süchtig nach stimulierenden Emotionen. Das kann man zum Beispiel sehen, wenn man Fernsehen guckt. Was schaut man sich an? Man schaut sich Dinge an, die spannend sind, oder die einen traurig machen, oder die einen aufregen und ärgern. Da kann man zum Beispiel auch deutlich sehen, dass wir eine Sucht danach haben, diese stimulierenden Emotionen zu füllen. Ja, wir leben dann von Emotion zu Emotion und fürchten deren Abwesenheit, selbst wenn ein erheblicher Teil der stimulierenden Emotionen aus Schmerz, Anspannung, Trauer und Stress bestehen. Alle Emotionen haben eine Biochemie. Und man kann sagen, dass wir eine körperliche Sucht nach den Emotionen haben, die wir am häufigsten erleben. Ich kenne zum Beispiel viele Menschen mit einer ausgeprägten Stresssucht. Diese Menschen werden, wenn diese Sucht unentdeckt und unerlöst bleibt, immer stressvolle Beziehungen haben oder sich in einer ruhigeren Beziehung dermaßen langweilen, dass sie sich den Stress dann außerhalb suchen. Entweder in der Arbeit oder in Beziehungen zu Familienmitgliedern oder in Freundschaften oder aber durch Liebschaften, Affären oder Träumereien, Affären mit einseitigem Beziehungswunsch, auch Dreiecksbeziehungen natürlich und toxische Beziehungen sind die Erfüllung für einen emotionsüchtigen Menschen. Denn diese Verbindungen emotionalisieren uns 24 Stunden am Tag durch Rausch und euphorische Glücksgefühle oder durch ihr Gegenteil. Wenn ich Menschen frage, wie sie sich das Leben ohne dieses Wirrwarr aus ständig wechselnden Emotionen vorstellen, dann höre ich oft, dass sie sich vor einem Gefühl der Leere fürchten. Ich habe auf meiner Website tanja-grundmann.de einen Artikel über die Emotionssucht und die Angst vor Leere geschrieben. Auch mein Video über das Überlebenssystem enthält Grundlagen zum Verständnis dieser Sucht, wer mehr darüber wissen möchte. Ja, deswegen erwähne ich dieses Thema hier nur als einen der Gründe für die Beseelung anderer Menschen. Aber es ist auch ein wichtiger. Ja, wir halten uns also selbst in dieser Sucht fest. Die Abwesenheit dieser Sucht und ihrer stimulierenden Wirkung sieht natürlich völlig anders aus als das, was sich viele darunter vorstellen. Es ist wie mit jeder anderen stofflichen Sucht. Wenn sie weg ist, dann sind die Limitierungen weg und man lebt in Freiheit und in Autonomie. Stark ist man nur ohne Süchte dieser Art. Und ich kann dir versprechen, es ist alles andere als langweilig und leer. Der nächste Grund ist komplex und eigentlich wert, dass man mal ein Buch darüber schreibt. Ich reiße es jetzt natürlich nur mal an, der Vollständigkeit halber. Ja, wir stülpen Menschen, die imstande sind, Unmenschliches zu tun, gerne Menschlichkeit über. Schlichtweg, weil wir uns das nicht vorstellen können, dass jemand diese Gemeinheiten fertig bringt und damit auch noch gut leben kann. Also im System anständiger Menschen kommt sowas nicht vor und Menschen sehen in der Regel nur, was sie kennen, jedenfalls wenn sie recht unbewusst leben. Also sehen anständige Menschen das Unanständige kaum bis gar nicht. Wir haben eine möglicherweise angeborene, sicher aber eine anerzogene Hemmung, andere Menschen schlechter zu beurteilen als uns selbst. Manchen Menschen ist die Wahrnehmung von Missständen und inakzeptablem Benehmen anderer komplett aberzogen worden. Auf diese Weise konnte sich das frühe Umfeld alles herausnehmen zum Beispiel, ohne dabei gesehen zu werden. Kinder nehmen die Verfehlungen der Eltern dann auf sich. Das ist auch ein Überlebensmechanismus und das schließt dann unter Umständen, wenn man da nichts dran macht, ein Leben lang aus, dass sie wahrnehmen können, wenn andere ihre Grenzen verletzen, wenn andere sie für Dinge verantwortlich machen, für die sie es nicht sind, wenn diese sich alle erdenklichen Unverschämtheiten herausnehmen und sich daneben benehmen. So wie Narzissten auch uns ein Bild überstülpen, und zwar nach ihrem Ebenbild, was auf uns wiederum nicht zutrifft, gehen wir umgekehrt davon aus, dass jeder so anständig ist wie man selbst. Nur die Narzissten haben wohl die innere Erlaubnis, jedem alles Mögliche zu unterstellen, und da stimmt es meistens nicht. Und wir haben oft nicht diese innere Erlaubnis, klar zu sehen, wie uns geschieht und mit wem oder was wir es zu tun haben. Ja, so können diese Menschen dann, von uns versehen mit guten Eigenschaften, die sie gar nicht haben, unter unserem Radar durchfliegen, uns zerstören und auslöschen, ohne dass wir zur Kenntnis nehmen, dass sie das wirklich tun. Auf diese Weise werden Psychopathen oft ein Leben lang von ihren eigenen Opfern geschützt und verteidigt, selbst wenn sie das ihr gesamtes Wohlergehen kostet. Auf der globalen Ebene kann man das im Moment im Großformat sehen, wie es passiert und wie ein Großteil der Menschheit schlichtweg nicht glaubt, dass das sein kann. Auch auf nationaler Ebene entfaltet sich gerade eine unfassbare Tragödie, die zwar zunehmend von Menschen wahrgenommen wird, aber viele können sich bis heute nicht vorstellen, dass das bewusst herbeigeführt sein könnte und dass jemand ihnen das willentlich angetan haben könnte. Und das, obwohl alles mit Ansage geschah, was übrigens überall leicht einsehbar ist. Die Ansagen und Indikatoren wurden überhört, übersehen, beiseite geschoben und ignoriert, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Viele Menschen mit gutem Herz trauen das anderen einfach nicht zu, weil sie eben denken, jeder sei im Grunde so oder fast so wie sie selbst. Ja, wie kann man die Bindung an die eigene Projektion lösen? Wie bekommt man dieses Stück Seele zurück, das man dem anderen gegeben hat? Ja, das geht nur mit einer Phase von einer sehr genauen und aufrichtigen Realitätsprüfung, mit absoluter und unbedingter Ehrlichkeit zu sich selbst. Alle Ideen und Bilder, die man vom anderen hat, all die Gedanken und Gedankenwolken, die immer wieder durchgewunken werden, ohne dass man sie überprüft hat, alle Mantras, wir haben so eine starke Verbindung, ich werde sowas nie wieder fühlen, eigentlich passen wir hervorragend zusammen, das ist eigentlich der Richtige, er ist mein Seelenpartner. All diese Mantras müssen so lange überprüft und hinterfragt werden, bis alles an seinem richtigen Platz ist, bis alle Irrtümer revidiert sind und alle Illusionen und leeren Worthülsen aufgegeben sind. Ich kann dir sagen, das ist eine echte Erlösung, das tut nicht weh. Es braucht dazu, wie gesagt, unbedingte Aufrichtigkeit, es braucht Hartnäckigkeit und den Willen, das eigene Leben und die eigene Freiheit wieder zurückzuerlangen. Wie dieser Realitätscheck aussieht, wo genau die Ehrlichkeit zu sich selbst hingehört und wie man diese Illusionen aufgibt, sodass es nicht mehr, sondern weniger Schmerz produziert, wir brauchen hier keinen weiteren Schmerz, ist unter anderem natürlich auch Gegenstand meiner Beratungen. Auch hier geht es gar nicht so sehr um den Partner, sondern es geht um die Perspektive, die du eingenommen hast. Sicher kommt der Partner am Ende etwas schlechter weg, als in dem schmeichelhaften Hologramm, das du von ihm entworfen hast, aber es ist ein nüchterner, realistischer Blick auf ihn, vor allem aber auf die wahren Effekte, die diese Verbindung auf dich hat. Was auch übrigens wichtig ist, herauszuarbeiten, sind die Unterschiede zwischen dir und deinem Partner, anstatt dauernd die vermeintlichen Gemeinsamkeiten zu zelebrieren und daran dann festzuhalten. Wenn nämlich einmal klar ist, dass die wirklichen Gemeinsamkeiten in euren Wesenszügen sehr viel geringer sind als angenommen, wird auch immer klarer, er ist nicht meinesgleichen und damit wird er für dich unattraktiver und unwichtiger und auch das ist eine enorme Entlastung. So bekommst du das Stück Seele zurück, das du ihm geliehen hast. Ja, wenn du dabei Unterstützung und Anleitung brauchst, bist du herzlich eingeladen, mein unten verlinktes Kontaktformular zu nutzen oder meine Website tanja-grundmann.de zu besuchen.